So, wir sind gerade beim Frühstück. Heute gibt es Pute mit Reis. A la carte. Ja, und ich würde sagen, das mundet den Kleinen. Nikita, unsere Dickmadam, ist natürlich wieder oben vorne weg. Unsere kleine Maus ist auch gut. Aus der Bucht noch was. Die braucht ein bisschen. Klein, aber fein. Ja. Hier. Unsere zwei Fussischulchen. Nomi. Ups. Ups. Nomi ist auch ein bisschen gierig. Und Nuri jetzt. Entschuldigung, nur Rieff, nicht mit O. Ich bin schon wieder in meinem Kölschen-Slang. So. Unsere Streifenhörnchen sind auch fleißig dabei. Alles gut. Ne, das geht aber nicht. Hier die Kleine wegschubsen. Aus der muss ja was werden. So wird das nichts. So, guck mal, da ist noch ein freier Platz. Du bleibst da, Torel. Die Mutter will natürlich stehlen. Das geht mir gar nicht. Nuria, wie siehst du denn aus? Und die Nomi hat auch ein beschmiertes Schnäuzchen. Ich kriege sie jetzt gerade nicht so richtig drauf, oder? Oh, Nomi ist das lecker. Ah, da hat sie mit zu kämpfen. Ja, die haben schon Zähnchen. Die haben schon Zähnchen. Nein, Florella, das ist den Babys. So, jetzt wird zwischen Usch, Pippi und Häufchen gemacht. So gehört sich das. Nikita muss mir keine Sorgen machen, wie ihr seht. Unser Prescher. Ja, ich würde sagen, da sagen wir alle mal einen guten Appetit. Bis die Platte geputscht ist. Florella, nein, die Butter darf nachher den Rest essen. Aber jetzt erst mal noch nicht. Die müssen ja erst mal noch essen, die Kleinen. Tschüss. Schluss. Schuf, schuf, schuf. Schuf, schuf, schuf. Schuf, schuf. Schuf, schuf. dónde verläutern наблюд. Schuf. Schuf.